Also es gibt einen Krieger, der verbannt wurde und der sich rächen möchte an China und eine Maschine gebaut hat, die wie so ein Maschinengewehr ist und die Furiosen Fünf müssen sozusagen den Kung Fu retten und Po muss dazu seinen inneren Frieden finden und den findet er nur, indem er rausfindet, wer er wirklich ist.